Die Stelle unterbrechen wir für eine Pressekonferenz in Potsdam. Der Verfassungsschutz in Brandenburg hat den gesamten Landesverband der AfD unter Beobachtung gestellt. Einzelheiten jetzt von Brandenburgs Innenminister Stübken und dem Leiter der Verfassungsschutzabteilung Jörg Müller. Ich begrüße Ihnen für die kurzfristige Bereitschaft der Einladung zu folgen. Das Thema haben Sie alle der Einladung entnehmen können. Es geht um die Einstufung des Landesverbandes der AfD. Ich möchte noch kurz zu den Spielregeln, da wir heute eine sehr große Nachfrage zu diesem Thema haben, erklären. Wir werden erst ein Statement vom Innenminister Michael Stübken hören. Danach die genauere Erklärung, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, vom Verfassungsschutzchef Jörg Müller. Im Anschluss haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich möchte Sie dazu bitten, immer zum zentralen Mikrofon zu gehen, dass auch alle Zuschauer, die das über Stream verfolgen, nachvollziehen können, welche Fragen gestellt werden. Und ich möchte bitten, dass jeder Journalist nur eine Frage und maximal eine Nachfrage stellt, damit alle Kollegen, die Fragebedarf haben, auch nach der Reihe rankommen können. Dankenswerterweise gibt es wieder das Angebot der Landespressekonferenz, über Slido Fragen zu stellen. Wenn Sie hier nicht im Raum sind, dort bitte den Namen und Ihr Medium angeben, da ansonsten die Fragen nicht berücksichtigt werden können. Herr Innenminister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Sie heute eingeladen, um Ihnen mitzuteilen, dass der Brandenburger Verfassungsschutz entschieden hat, den gesamten Brandenburger Landesverband der Alternative für Deutschland, AfD, zu einem Beobachtungsobjekt im Status des Verdachtsfalles einzustufen. Diese Entscheidung ist das Ergebnis einer langen und intensiven Auswertung gesicherter Erkenntnisse, die zur Brandenburger AfD vorliegen. Als Innenminister des Landes Brandenburg unterstütze ich die Entscheidung des Verfassungsschutzes und ich trage sie in vollem Umfang mit. Die Brandenburger AfD hat sich seit ihrer Gründung stetig radikalisiert und wird mittlerweile von Bestrebungen dominiert, die ganz eindeutig gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind. Die Brandenburger AfD ist geprägt von einem ethno-kulturellen Volksbild, das Menschen anderer Herkunft oder Religion verächtlich macht und somit gegen die Würde des Menschen verstößt. Die Brandenburger AfD ist in Teilen eng vernetzt mit rechtsextremistischen Strukturen und versucht dabei, die Brandmauern der Demokratie zu schleifen. Und die Brandenburger AfD ist geprägt und dominiert vom Gedankengut des Flügels. Die vermeintliche Auflösung des Flügels macht da keinen Unterschied. In der Brandenburger AfD ist der Flügel längst der ganze Vogel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist die Aufgabe des Rechtsstaates, die Demokratie vor extremistischen Bestrebungen zu schützen. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre hat uns schmerzlich aufgezeigt, dass der Rechtsextremismus zur aktuell größten Bedrohung in Deutschland geworden ist. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, in der der Rechtsextremismus schon einmal eine demokratische Grundordnung und mit ihr unzählige Menschenleben zerstört hat, ist es auch unsere historische Pflicht, wachsam und wehrhaft zu bleiben. Deshalb sehen wir genau hin, informieren über die Erkenntnisse, die uns vorliegen und greifen ein, wenn es notwendig ist. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist es dabei, das Licht anzuschalten, damit alle sehen können, was in den dunklen Ecken geschieht. Dieses Licht hat unser Verfassungsschutz jetzt angeschaltet. Denjenigen, die gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bestrebt sind, sei gesagt, wir sehen euch, wir sind wachsam und wir sind wehrhaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Extremisten als Extremisten zu erkennen und zu benennen ist Kernaufgabe des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz Brandenburg hat den Landesverband der AfD daher am 12. Juni 2020 als Beobachtungsobjekt eingestuft. Er ist jetzt bis auf Weiteres ein Verdachtsfall. Damit erfolgt auch der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darauf werde ich jetzt näher eingehen. Der Verfassungsschutz hat die Aufgabe, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Er sammelt daher Informationen über Bestrebungen, die sich ziel- und zweckgerichtet gegen unsere freiheitliche-demokratische Grundordnung richten. Der Verfassungsschutz erhält seinen Auftrag direkt aus dem Grundgesetz. Dort wurde er von den Müttern und Vätern unserer Verfassung verankert. Wir sind ein Frühwarnsystem, um Entwicklungen wie in der Weimarer Republik wirksam vorzubeugen. Denn damals wurde die Demokratie von innen heraus abgeschafft. Früh warnen müssen wir besonders vor extremistischen Bestrebungen in Parteien. In Brandenburg galt das in den letzten Jahren für die NPD, die DVU und den Dritten Weg. Aktuell sehen wir mit großer Sorge, welchen Weg die AfD in Brandenburg eingeschlagen hat. Sie wurde und wird faktisch von einem parteilosen Rechtsextremisten geführt. Und der Ehrenvorsitzende Alexander Gauland bezeichnet die Zeit des Nationalsozialismus und Hitlers als Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Dies kann und will eine wehrfde Demokratie nicht hinnehmen. Rechtsextremisten testen oft grenzüberschreitende Formulierungen aus. So wollen sie ihre Ideologie in die Mitte der Gesellschaft treiben. Wir haben dabei die Aufgabe, diese Strategie zu demaskieren und zu entlarven. Mein Kollege, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Haldenwang, hat die Enthemmung und Verrohung der Sprache treffend so beschrieben. Die Provokation von gestern ist die Normalität von heute. Es muss und es wird verhindert, dass sprachliche Gewalt zu physischer Gewalt wird. Gerade wegen der in den letzten Monaten für jeden erkennbaren gestiegenen Bereitschaft, auch schwerste Gewalttaten zu begehen, ist der Rechtsextremismus aktuell die größte Bedrohung für die freiheitliche demokratische Grundordnung. Hier sind Worte zu Taten geworden und die geistige Brandstiftung hat auf erschreckende Weise gewirkt. Bei meinem Dienstantritt vor wenigen Monaten habe ich gesagt, dass man Extremisten, wenn man sie als solche erkennt, auch klar als Extremisten benennen muss. Es gilt also, genau hinzuschauen. Im Januar 2019 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz nach gründlicher Prüfung und auch unter Berücksichtigung der Hinweise aus Brandenburg zunächst zwei Strukturen der Parteialternative für Deutschland zum extremistischen Verdachtsfall erklärt. Den Flügel und die junge Alternative für Deutschland. Der brandenburgische Verfassungsschutz hat diese Entscheidung unterstützt. Im Februar 2020 wurde der völkisch-nationalistische Flügel vom Bundesamt für Verfassungsschutz schließlich zur erwiesenen rechtsextremistischen Bestrebung hochgestuft. Jetzt gibt es als Ergebnis der weiteren kontinuierlichen Beobachtung neue Entwicklungen. Ich habe am letzten Freitag nach Unterrichtung des Innenministers Herrn Stübke die Parlamentarische Kontrollkommission unseres Landtages darüber informiert, dass der Verfassungsschutz Brandenburg nun den gesamten AfD-Landesverband als Verdachtsfall beobachtet. Es liegen hinreichend gewichtige, tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass von ihm Bestrebungen gegen die freiheitliche, demokratische Grundordnung ausgehen. Diese Entscheidung hat im Wesentlichen drei Gründe, auf die ich kurz eingehe. Erstens. Extremistische und dem Landesverband zurechenbare Positionierungen von AfD-Mitgliedern, insbesondere die Verletzungen der Menschenwürde, des Demokratie- und des Rechtsstaatsprinzips. Zweitens. Die starke Verflügelung der AfD-Brandenburg, also der Einfluss des Flügels auf die Gesamtpartei. Und drittens. Die nachweisliche personelle und strukturelle Verflechtung der AfD in Brandenburg mit anderen rechtsextremistischen Strukturen. Punkt 1 umfasst die rechtsextremistischen Positionierungen der AfD. Dafür gibt es zahlreiche Belege. Nur einige werde ich schlagrechtartig herausstellen. Rechtsextremisten stellen sich über andere und wollen darüber entscheiden, wer oder was zu Deutschland gehört und was nicht. Die AfD-Brandenburg vertritt ein sogenanntes ethno-pluralistisches Weltbild, welches in Wirklichkeit ein biologisch-rassistisches ist. Andreas Kalbitz, der erst vor wenigen Tagen mit großer Mehrheit als erwiesener Rechtsextremist wieder in die AfD-Landtagsfraktion aufgenommen wurde, nachdem ihm vom AfD-Bundesvorstand seine Mitgliedschaft annulliert hatte, liefert hierfür einen Beleg. Wie der Gegner zu vernichten und wie ein konstruiertes Feindbild mit totalitären Fantasien aufgeladen wird und der Gegner zu vernichten und entsorgen sei. Ich zitiere aus seiner Rede, die er auf dem Küffhäuser-Treffen am 23. Juni 2018 hielt. Wir wollen die gar nicht integrieren. Wir wollen die remigrieren. Masseneinwanderung ist Messereinwanderung. Und die ganze Front der Deutschland-Hasser und national-masochistischen, die kann gleich mitreisen. Ich stelle mir das so vor. Wir gründen so eine neue Never-Come-Back-Airline. Und ich bin ganz sicher, wir kriegen den Flieger voll mit den Claudia Roths, den Cem Özdemir und wie sie alle heißen. Ein Wesensmerkmal im Rechtsextremismus ist Geschichtsrevisionismus. Rechtsextremisten leugnen oder verharmlosen Verbrechen der deutschen NS-Diktatur. Dabei werden historische Ereignisse einfach umgedeutet. Ein krudes Beispiel dafür stammt vom stellvertretenden AfD-Landesvorsitzenden Daniel Freiherr von Lützow. Der behauptete am 5. August 2018 in Warnemünde, eine SPD-Regierung in der Weimarer Republik sei für den späteren Weltenbrand verantwortlich. Solche Äußerungen sind historisch abwegig und schieben die Schuld am Angriffskrieg auf die SPD. Hinzu kommen die für Extremisten typische Täter-Opfer-Umkehr. In diese Richtung geht Erik Lehmann, Mitglied im Landesvorstand der Jungen Alternative für Deutschland. Er behauptet, es waren die Alliierten, die die ganze Zeit auf einen weiteren Krieg gegen Deutschland gewartet hatten, um die deutsche Bevölkerung ein für allemal vernichten zu können. Zitat Ende. Unsere repräsentative Demokratie beruht auf freien, gleichen und geheimen Wahlen. Durch die Verächtlichmachung der Demokratie und ihrer Repräsentanten dokumentieren Extremisten die Ablehnung unseres freiheitlich-demokratischen Systems. Zusätzlich reichern sie ihre Ideologie mit Verschwörungsfantasien an. In diesem Sinne wird vor wenigen Wochen auf der Facebook-Seite der AfD oder Spree Folgendes geschrieben und veröffentlicht. Ich zitiere. 2020 wurde ein Virusnotstand konstruiert, um das Grundgesetz zu brechen und unsere Freiheit zu nehmen. Zitat Ende. Es wird also behauptet, der demokratische Rechtsstaat habe bewusst eine Krise herbeigeführt, um die Demokratie außer Kraft zu setzen. Hier werden also Bedrohungsszenarien konstruiert und die gehen über eine Verächtlichmachung der Demokratie hinaus. Diese gefährliche Propaganda birgt die Gefahr, dass Menschen aufgrund von Verschwörungsfantasien und Falschinformationen Gewalt als probates Mittel ansehen. Zum zweiten Begründungspunkt ist Folgendes festzustellen. In Brandenburg gelten etwa 40 Prozent der rund 1.600 Mitglieder als Anhänger des völkisch-nationalistischen Flügels. Ebenso sind wesentliche Flügelprotagonisten im Landesvorstand vertreten. Kalbitz ist neben Höcke eine der zwei bundesweiten zentralen Flügelführungsfiguren. Trotz seines Parteiausschlusses steht die AfD-Brandenburg nahezu geschlossen, man könnte sagen in Wagenburg-Mentalität, weiter hinter ihm. Er kommentiert das mit den Worten, ich freue mich auf die Fortsetzung der politischen Arbeit in der AfD-Fraktion. Erst Ende April dieses Jahres, der erst Ende April dieses Jahres für aufgelöst erklärte Flügel konnte und kann in Brandenburg aufgrund seiner breiten Basis und seines Einflusses praktisch nicht vom Rest der Partei getrennt beobachtet werden. Darüber hinaus sind die Anhänger des völkisch-nationalistischen Flügels nach wie vor in der Partei und prägen sie entsprechend weiter. Zum dritten Begründungspunkt muss Folgendes festgehalten werden. Die extremistischen Bestrebungen der AfD sind nicht auf die erwiesenen extremistischen Flügel begrenzt. Hinzu tritt ein strukturelles Zusammenwirken mit weiteren extremistischen Bestrebungen. Dazu zählen beispielsweise die rechtsextremistische Identitäre Bewegung als Verdachtsfall, das in Brandenburg ansässige Magazin Kompakt, welches rechtsextremistischer Verdachtsfall ist, der unter neonationalsozialistischem Einfluss stehende rechtsextremistische Verein Zukunft Heimat TV, sowie Personen in der AfD, der rechtsextremistische und neonationalsozialistische Vorläufe und oder entsprechende aktuelle Vernetzungen aufweist, beispielsweise zur NPD und zur verbotenen HDJ. Die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist gesetzlich klar geregelt und unterliegt strengen Kontrollen. Bei Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterscheiden wir zwischen drei Einstufungsformen. Prüffall, Verdachtsfall und erwiesene extremistische Bestrebungen. Mit der nun vorgenommenen Einstufung als Beobachtungsobjekt in Form des Verdachtsfalls steht die AfD Brandenburg somit nur eine Stufe vor der erwiesenen extremistischen Bestrebung. Meine Fachleute sagen mir und ich stimme dem zu. Dass die AfD mit Blick auf die vorliegenden Erkenntnisse bereits in einigen Teilbereichen die Schwelle zur erwiesenen extremistischen Bestrebung überschritten hat. Es gibt mit dem vor kurzem aufgelösten rechtsextremistischen Flügel ein erhebliches Personenpotenzial in der Partei. Es gibt darüber hinaus strukturelle wie personelle Verknüpfungen mit weiteren extremistischen Bestrebungen. Und es gibt entsprechende ideologische Positionierungen. Trotzdem haben wir uns mit Blick auf die Sonderstellung von Parteien in unserem demokratischen Rechtsstaat und der daher gebotenen Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung im Kalbitz und den Flügel vorerst für den Verdachtsfall entschieden. In einem demokratischen Rechtsstaat muss auch die vage Chance einer neuen Positionierung der AfD in Betracht gezogen werden. Dies kann als Zeichen an die AfD verstanden werden. Der Verfassungsschutz Brandenburg wird die weiteren Entwicklungen nach seinem gesetzlichen Auftrag also weiter genau beobachten. Mit der jetzigen Einstufung steht jedenfalls fest, die Demokratie ist wehrhaft, der Rechtsstaat funktioniert und der Verfassungsschutz sorgt für Klarheit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Danke. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe als erstes Herrn Sauerbier, dann Herrn Lassive und Herrn Peters. Ich versuche drei Teilfragen in die erlaubte eine zu packen. Was empfehlen Sie öffentlichen Arbeitgebern von AfD-Mitgliedern jetzt in dienstrechtlicher Hinsicht zu tun? Etwa beim Bundespolizisten Wilko Möller, beim Feuerwehrmann Lars Schieske oder in diesen Fällen zum Beispiel. Und ist Ihnen bekannt der Fall eines Soldaten, der gerade über DPA lief, der vom Militär Brandenburger Politiker sein soll, Berufssoldat und der vom MAD als nicht verfassungstreues Mitglied der Truppe eingestuft wurde? Zunächst einmal ist es nicht meine Aufgabe als Verfassungsschutzchef, anderen Dienstherren und Arbeitgebern Ratschläge zu geben, wie sie dienstrechtlich oder arbeitsrechtlich mit entsprechenden Vorgängen umgehen. Der Instrumentenkasten, sowohl arbeitsrechtlich als auch dienstrechtlich, ist gut gefüllt. Man muss jeden Einzelfall in einer Demokratie konkret prüfen, inwieweit in dem jeweiligen Einzelfall entsprechende verfassungsfeindliche Handlungen, Taten, Worte feststellbar sind. Und dann muss man entsprechend vorgehen. Zu Ihrer dritten Frage zum KSK-Soldaten oder zu einem Soldaten, der mit dem MAD gerade zu tun hat. Brandenburger Berufssoldat, der jetzt vom MAD benannt wurde, als nicht verfasst war. Für Soldaten liegt grundsätzlich die Zuständigkeit beim Bundesverteidigungsministerium. Dankeschön. Herr Lassime. Ja, ich stelle die erste Frage, die über das System Slido an uns herangetragen worden ist. Sie kommt von Alexander Fröhlich vom Tagesspiegel. Wird der Verein Zukunft Heimat beobachtet? Seit wann und welche Rolle spielen die Spree-Lichter und Marcel Forstmeier dabei? In meiner Rede habe ich eben den Verein Zukunft Heimat als erwiesen rechtsextremistisch bezeichnet. Damit geht automatisch einher, dass wir den Verein Zukunft Heimat als Beobachtungsobjekt und zwar als erwiesene rechtsextremistische Bestrebungen beobachten. Dies tun wir seit Januar diesen Jahres. Die Frage der Vernetzung und der personellen und strukturellen Überschneidung im Bereich des Rechtsextremismus, die ich vorhin erwähnte, bezogen sich insbesondere auf die bereits vor mehreren Jahren verbotene Widerstandsbewegung Südbrandenburg. Und die Spree-Lichter auf ihre Frage, Marcel Forstmeier, war damals der Chef oder die Führungsfigur in diesen beiden Strukturen. Warum beobachten Sie den gesamten Landesverband, wenn Sie sagen, dass 40 Prozent des Verbandes eingestuft werden als völkisch-nationalistisch? Und geht es auch um ganz bestimmte Personen wie neben Herrn Kalbitz, Herrn Berndt von Zukunft Heimat? Wir beobachten den Flügel ja bereits seit Februar als erwiesene extremistische Bestrebungen zusammen mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz und allen Landesämtern als sogenanntes Bundesbeobachtungsobjekt. Den Landesverband der AfD, das habe ich gerade eingangs erwähnt, beobachten wir aus diesen drei Gründen als Verdachtsfall, weil wir sagen, der Flügel ist so prägend, dass wir die Verflügelung als fortgeschritten ansehen. Wir beobachten keine Einzelpersonen. Wir beobachten Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Dort gibt es allerdings Protagonisten und natürlich werden diese dann auch beobachtet. Eine Frage möglicherweise an beide. Welche Auswirkungen hat diese neue Einstufung jetzt auf die Bundes-AfD und deren Beobachtungsmöglichkeit oder mögliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz oder auch durch den Bundesverfassungsschutz? Es ist zunächst so, dass wir in einem Verfassungsschutzverbund aktiv sind. Das heißt, alles, was wir an Erkenntnissen sammeln, tragen wir auch in den gesamten Verbund hinein, also auch zum Bundesamt für Verfassungsschutz. Und so wie ich vor wenigen Wochen sagte, dass sich, wenn die Verflügelung weiter vonstatten geht, eine Beobachtung des Landesverbandes aufdrängt, wird es sein, wenn mehrere Länder und mehrere Landesverbände in die Beobachtung kommen, dass auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz bei der Bewertung Berücksichtigung finden wird. Über die Frage der Einstufung des Bundesamtes für Verfassungsschutz müssten Sie meinen Kollegen Herrn Haldenwang fragen. Haben die sogenannten Hygiene-Demos, bei denen ja auch AfD-Leute dabei waren, bei ihrer Einschätzung irgendeine Rolle spielt? Also wurden da auch Aussagen getätigt, die zu ihrer Einschätzung beigetragen haben? Wir haben eine sorgfältige und umfangreiche Sammlung der Äußerungen und Verlautbarungen vorgenommen, schon über einen längeren Zeitpunkt. Wir haben auch im Bereich der Hygiene-Demonstrationen dann genauer hingeschaut, wenn wie ein Cottbus Veranstalter der Rechtsextremistische Verein Zukunft Heimat war oder Protagonisten des AfD-Landesverbandes. Dort sind Äußerungen gefallen, wie die Benutzung des Ermächtigungsgesetzes als Grundlage, die wir berücksichtigt haben in der Bewertung für die Einstufung, war es nur eine Randbemerkung. Und dass wir vor allen Dingen der Stellung einer Partei Rechnung tragen und das, was wir auch zusammentragen und bewerten, auch belegen können. Das hat gewisse Zeit gedauert. Da gilt, Qualität geht vor Geschwindigkeit. Und wir arbeiten tatsächlich nicht ausgerichtet an politischen Terminen, sondern das, was unser Gesetz uns aufgibt. Vielleicht kannst du mal ganz deutlich machen, was jetzt in Sachen Verdachtsfall möglich ist, welche Beobachtungsmöglichkeiten Sie haben im Gegensatz zur letzten Stufe sozusagen. Also Sie brauchen, glaube ich, noch richterliche Zustimmung in bestimmten Fällen. Die Möglichkeiten, nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen, sind im Übrigen identisch bei beiden. Das Gesetz kennt das Beobachtungsobjekt. Nachrichtendienstliche Mittel dürfen also in beiden Fällen eingesetzt werden. Der Unterschied liegt im Wesentlichen darin, dass wir beim Verdachtsfall tatsächliche hinreichende Tatsachen haben müssen, die einen Verdacht einer Bestrebung rechtfertigen. Und bei der erwiesenen extremistischen Bestrebung, wie das Wort schon sagt, ist, dass ich um erwiesene extremistische Bestrebungen handeln muss. Bei dem Einsatz Nachrichtendienstlicher Mittel geht es vor allen Dingen darum, dass die Verhältnismäßigkeitsabwägungen doch noch mal deutlich stärker sind, wenn wir noch im Verdachtsfall sind. Die Mittel können allerdings nach unserem Gesetz eingesetzt werden. Richterliche Vorbehalte haben wir nicht. Herr Wehner, Herr Gründer. Ja, über das Slido liegt nichts vor. Deswegen eine eigene Frage an den Innenminister. Herr Stübken, vorhin stand die Frage im Raum, wie mit Polizeibeamten, Feuerwehrleuten und so weiter umgegangen werden soll, die Mitglied der AfD sind. Das ist natürlich eine Frage, die der Innenminister besser beantworten kann als der Verfassungsschutzchef. Das heißt, was raten Sie der Brandenburger Polizei? Was wird da künftig gelten? Und was gilt bei den Kommunen, die ja Träger der Berufsfeuerwehren sind und wo ja auch ihr Haus eine gewisse Verantwortung hat? Okay, der Innenminister wird die Frage beantwortet. Ja, ja, das wird dann der Innenminister beantworten. Herr Wehner, bitte. Wie hat die Annullierung der Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz durch den Bundesvorstand der AfD in Ihrer Entscheidung Einfluss gefunden? Und wie bewerten Sie diese Entscheidung des Bundesvorstandes? Selbstverständlich hat diese Entscheidung Einfluss auf unsere Einstufung gehabt. Man muss genau beobachten, wie solche Entscheidungen wirken. Wenn es ein Richtungswechsel innerhalb der Partei wäre und ein Distanzieren von extremistischen Äußerungen von Herrn Kalbitz oder ein Distanzieren von den Positionen des Flügels, wäre das entsprechend auch entlastend zu berücksichtigen. Wir haben das zunächst noch beobachtet. Das Verhalten der AfD-Fraktion im Land Brandenburg hat uns zunächst einmal eher gezeigt, dass in Nibelungentreu oder Wagenburg-artiger Mentalität zu ihm gehalten wird und dass nichts an der Haltung und den Positionen ändert. Das wird weiter zu beobachten sein. Ich sagte vorhin, auch vage Chancen sind zu berücksichtigen, dass sich die Partei wieder auf den Weg des demokratischen Bodens macht. Insofern war das zu berücksichtigen. Es gilt auch als Hürde bei der Beobachtung einer Partei. Sie beobachten den Landesverband. Wie werden Sie mit der Fraktion umgehen, mit den Landtagsabgeordneten? Der Kernbereich der Mandatsausübung ist spätestens seit dem Ramelow-Urteil, aber auch schon davor, geschützt bei Abgeordneten. Das heißt, das Tätigwerden von Abgeordneten direkt im Parlament oder unmittelbar zur Ausübung ihres Mandats ist vom Grundgesetz geschützt und wird selbstverständlich vom Verfassungsschutz geachtet. Insofern beobachten wir nicht die Fraktion, sondern wir beobachten den Verdachtsfall der extremistischen Beschreibung im Landesverband Brandenburg. Das können auch Fraktionsmitglieder sein.